Ihr kennt's ja von mir, ich bin jetzt nicht unbedingt der Spieler, der ein Spiel unbedingt zu Release spielen muss. Ne, meinetwegen kann der gerne mal etwas Zeit verstreichen, aber hat auch bestimmte Gründe. Die werde ich gleich nochmal kurz aufreißen, aber es gibt eben auch ein paar Spiele. Sofern es denn eine Nachfolge geben würde, würde ich mir den einfach schnellstmöglich vornehmen wollen. Und welche Spiele das sind, dazu gleich auch mehr, aber erst einmal, hallo oder seid's und willkommen zum Wurz im Sonntag mit dem Senderplan der 18. Kalenderwoche. Ein für mich sehr entscheidender Faktor, warum ich ein Spiel erst später spiele, ist einfach, dass das Spiel vollständig sein soll. Es sind noch DLCs angekündigt, direkt zu Release, die dann einfach später folgen sollen. Und da ist es dann für mich eigentlich relativ klar, spielst du eben erst, wenn das Spiel komplett ist. Ich mag es einfach nicht so aus dem Spiel rausgerissen zu werden. Ich spiele lieber, spiele in einem Rutsch durch. Und dann war's das fürs Erste, bis ich es vielleicht mal wieder anschmeiße. Ja, es gibt da zwei Ausnahmen. Erst letztes Jahr Shadow of the Tomb Raider und Kingdom Come Deliverance, aber auf die kommen wir später noch zu sprechen. Ein anderer entscheidender Faktor ist für mich natürlich auch, ob es mir gerade in den Plan passt. In den in Anführungszeichen Plan. Denn wenn das Spiel gerade rauskommt, aber ich weiß, bei dem einen Projekt habe ich noch 100 Folgen vor mir, ja dann wird das halt nichts. Ihr kennt das ja von mir. Dauerbrenner F1 und Dauerbrenner das Regenbogenspiel. Die laufen und dann gibt es eben noch den dritten Slot für eben aktuell Life is Strange und geht jeden Tag eine Folge raus um die 40 Minuten. Und würde jetzt ein anderes interessantes Spiel kommen, dann müsste ich das ja dazwischen schieben. Da würden ja beide Spiele relativ zu kurz kommen. Weil Life is Strange spiele ich ja zum Beispiel aktuell zweimal die Woche. Dann würde es ja so sein, dass ich dann das eine Spiel, zum Beispiel Life is Strange, nur einmal in der Woche spiele und dann eben auch nur einmal in der Woche das neue Spiel. Und deswegen muss es eben für mich in den in Anführungszeichen Plan passen. Ob gerade ein Projekt zu Ende geht oder nicht, das ist entscheidend. Aber ein weiterer, der dritte entscheidende Faktor ist einfach, dass die Spiele einfach mit der Zeit sogar noch besser werden können. Ja, ich sage, Spiele werden mit der Zeit nicht schlechter, da ist was dran. Aber sie können auch besser werden, oder? Sie können eher besser als schlechter werden. Wobei, geht auch in die andere Richtung, denn das Spiel bekommt einfach über die Wochen und Monate hinweg einfach Updates. Die sollten ein Spiel natürlich besser machen, aber eben, jetzt kommt's, könnte natürlich auch in die falsche Richtung gehen. Aber das sind so für mich erstmal die drei entscheidenden Punkte für, warum ich ein Spiel nicht sofort angehe. Und da will ich euch jetzt mal nicht weiter auf die Folter spannen. Welche Spiele würde ich denn, sofern es denn eine Nachfolge gäbe, welche würde ich denn sofort anschmeißen wollen? Da fangen wir einfach mal bei A an und da geht's mit Alan Wake los. Würde dann Alan Wake 2 rauskommen, ich würde es mir sofort vornehmen wollen. Gilt aber auch genauso für Quantum Break. Aber, ich nehme die beiden gerade zusammen. Remedy hat ja gesagt, die wollen ihre Spiele ab einschließlich oder insbesondere Quantum Break und danach einfach in einem Universum abspielen lassen. Alle sind irgendwie miteinander verknüpft, auch wenn das eine Spiel Alan Wake heißt. Ja, ihr kennt ja vielleicht Quantum Break. Könnte davon ja auch was in Quantum Break vorkommen. Und es gibt nach Quantum Break ein Spiel im Remedy-Universum, was ich mir noch gar nicht vorgenommen habe, was ja schon längst draußen ist, sogar schon mit allen Inhalten. Und zwar Control. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Habe ich mir auch schon gegönnt und auch schon heruntergeladen, aber ist gerade der falsche Zeitpunkt, denn das Spiel läuft gerade an dritter Stelle und da habe ich mich ja ganz besonders drin verliebt. Aber Control habe ich schon sehr weit oben auf meiner Liste. Damit könnt ihr in absehbarer Zeit rechnen. Weiter geht's im Kontext mit Disarnored. Spezieller Fall, denn da gibt es aktuell noch kein Spiel, was angekündigt wurde. Für setzt die Disarnored 3 einfach fort. Ist ja auch irgendwie verständlich, denn das Spiel der Tod des Outsiders ist ja soweit abschließend für die Serie. Aber ich habe es ja auch schon damals angesprochen. Meinetwegen könnte man da auch noch sehr gut weitermachen, auch mit schon bekannten Charakteren. Wer könnte da, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber eine Rolle einnehmen? Oder generell, wie könnte es weitergehen? Habe ich ja schon in der Tod des Outsiders angerissen, aber das Problem ist halt, da wurde noch überhaupt gar nichts angekündigt. Aber Disarnored könnte sicher sein, wenn da ein Spiel wieder rauskommen würde. Ich bin da. Auf zack. Ich weiß, es gibt ein Spiel, hieß das Deathloop. Ich habe es mir schon notiert, aber ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich werde es jetzt auch nicht suchen. Das soll so ähnlich sein, auch von den Arcane Studios. Na ja. Habe ich aber auch auf dem Blick oder im Blick. Und wenn wir schon bei D sind, machen wir weiter mit Dying Light. Da, anders als bei Disarnored, gibt es ja schon seit geraumer Zeit einen Nachfolger, der ja auch dieses Jahr rauskommen soll. Dying Light 2. Und da muss ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Dying Light hatten wir ja erst vor kurzem mit. Dieser Erweiterung, nach so vielen Jahren wird das Spiel immer noch unterstützt. Das ist echt grandios, was da Tagland an den Tag legt. Und die arbeiten fleißig an Dying Light 2. Bin ich gespannt. Das nächste Spiel. Die Far Cry-Reihe. Ist ja mit Far Cry 6 auch schon ein weiterer Titel in Aussicht. Sollte ja eigentlich schon zu Beginn diesen Jahres rauskommen, wurde aber verschoben. Und die Far Cry-Reihe, ja, macht einfach Spaß. Ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsreihen. Und generell, die Spiele, die ich hier heute speziell nennen werde, das sind einfach Spiele, Spiele-Reihen, die mir einfach besonders wichtig sind. Heißt nicht, dass Spiele, die heute nicht genannt werden, mir nicht wichtig sind, aber komme ich später nochmal drauf. Bei einem besonderen Beispiel komme ich später nochmal drauf. Die F1-Reihe. Soweit eigentlich? Klar. Hatten wir auch vor kurzem. Im Wort zum Sonntag. F1 2021 wurde angekündigt. Und das ist, glaube ich, die Spielerei, die ich immer so gut es geht, ja, release, 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 na, durchziehe oder angehe. Hängt aber eben, jetzt kommt es wieder mit dem in Anführungszeichen Plan, hängt natürlich damit zusammen, wie passt es gerade in die aktuelle Saison? Haben wir gerade noch eine halbe Saison vor uns? Ja, dann dauert das noch ein paar Wochen, bis die nächste Saison eben mit dann auch dem neuen Spiel starten kann. So, genug mit F. Gehen wir zu H wie Hellblade. Senua's Sacrifice. Boah, das war toll. Ein tolles Abenteuer. Auch sehr bewegend. Und der nächste Teil. Hellblade Senua's Saga steht ja auch schon bereit. Zumindest wird er entwickelt und sollte dann womöglich dieses Jahr rauskommen. Ein Spiel, was ja noch gar nicht so alt ist, im Sinne von, haben wir erst vor kurzem gespielt, Kingdom Come Deliverance. Da war es ja so 2018 gespielt und eben erst letztes Jahr die ganzen DLCs nachgeholt. Ist für mich dann eben ein besonderer Fall. Ich wollte damals unbedingt Kingdom Come Deliverance spielen, weil es einfach so interessant aussah und es hat sich auch absolut gelohnt. Und ja, wenn es da weitergeht, geht es auch hier weiter. Schnellst möglich. Nächstes Spiel. Ich bleibe beim Alphabet und zwar Life is Strange. Hat sich so ergeben, wie lange ich Life is Strange schon auf meinem PC installiert hatte und ich einfach nicht die in Anführungszeichen Zeit gefunden habe. Ich habe sie mir einfach nicht genommen, das ist die Wahrheit. Weil viele andere tolle Spiele unterwegs sind, aber einmal Life is Strange und mich hat es gepackt und ihr wisst ja meinen Plan. Life is Strange danach. Life is Strange before the storm. Dann womöglich ist noch nicht in Stein gemeißelt. Hier die Abenteuer vom Kapitän Spirit. Ja, ich sage es bewusst so. Und dann gibt es ja noch Life is Strange 2. Mal gucken, ob ich dann was anderes mache oder ob ich die nahen Spiele dann auch noch spielen werde. Also zum Beispiel Tell Me Why von Download. Oder Twin Mirror ist auch von Download und noch gar nicht so alt. Und ehe ich dann erst Life is Strange True Colors angehen werde. Mal gucken. Ihr wisst ja von mir, habe ich glaube ich in den letzten Wochen mehr als genug betont, dass Life is Strange für mich einfach ein besonderes Spielerlebnis war und immer noch ist, weil ich bin auch noch drauf und dran, eben die Abenteuer mit Chloe und Max zu erleben. Aber ich glaube auch, die Charaktere sind da einfach sehr entscheidend. Ich bin einfach mal gespannt, wie die nächsten Spiele da so werden. Aber Life is Strange True Colors, da mich die Life is Strange Reihe gepackt hat, würde ich dann auch so schnell es geht angehen. Sofern es denn ein Spiel ist, was nicht in Episoden rauskommt, wie eben Life is Strange. Mal gucken. Ein Titel habe ich noch. Die Tomb Raider Reihe. Shadow of the Tomb Raider. Genauso wie Kingdom Come Deliverance 2018 gespielt und dann eben letztes Jahr erst die ganzen weiteren Inhalte nachgeholt. Es ist leider noch kein neues Tomb Raider angekündigt. Dieser Neustart Trilogie mit dem 2013er Tomb Raider mit Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider wurde abgeschlossen. Und seitdem gibt es noch keine neuen Informationen. Es ist schon schade. Ich würde so gern wieder mit Lara auf Abenteuer gehen. Das sollte sich schnellstmöglich ändern. Da muss schnellstmöglich wieder ein Spiel angekündigt werden. So, das waren die Spiele meinerseits, die ich eben angehen wollen würde, sofern es da eben ein neues Spiel geben würde. Aber die Spiele, die jetzt nicht genannt wurden, sind mir jetzt nicht bedeutend unwichtiger. Nee, aber ich will es eben etwas eingrenzen. Ich will es nicht zu sehr ausarten lassen. Das waren jetzt einfach mal die Spiele, die wir schon hatten mit irgendeinem Ableger dieser Reihe, auch wenn es gerade erst ein Spiel gab, die ich ganz gerne schnellstmöglich fortsetzen wollen würde. Und dann gibt es zum Beispiel auch ein Splinter Cell. Ich weiß, das ist vielleicht so noch schlimmeres Life is Strange, wobei ich eben schon mehr ist genug Splinter Cell gespielt habe. Splinter Cell Blacklist. Das war ja eins meiner ersten Projekte und ich habe auch schon für den Fall der Fälle, dass ich Lust habe, ganz besonders große Lust habe, Splinter Cell das erste installiert. Aber ja, ich bin mal gespannt, was eher der Fall sein wird. Es kommt Nachfolge von Splinter Cell Blacklist raus oder ich werde mal wieder einen Splinter Cell anwerfen. Mann ey. Das wurmt mich schon, aber es gibt halt so viele interessante Spiele. Und Ubisoft meint ja in der Zwischenzeit seit Splinter Cell Blacklist Sam Fisher einfach irgendwelche Auftritte spendieren zu müssen. Finde ich zwar an sich nicht schlecht. Er taucht ja in Ghost Recon Wildlands auf und auch eben in Rainbow Six Siege. Aber Sam ist ein Einzelkämpfer. Der braucht ein eigenes Abenteuer, Ubisoft. Seit Blacklist 2013, ne? Seit acht Jahren wartet Sam auf ein Abenteuer. Das ist so fies. Naja. Mal gucken, was eher der Fall sein wird. Ubisoft kramt mal ein neues Splinter Cell raus oder ich kram mal wieder eins raus und spiele das zweite. Da bin ich schon sehr gespannt, wer das Rennen machen wird. Das waren jetzt meinerseits acht Spiele, wenn es da einen neuen Ableger geben würde. Iron Way Quantum Break mal nebeneinander gestellt, die ich da schnellstmöglich angehen möchte. F1 kann man eigentlich auch ausklammern, denn F1, da setzt der eigentlich F1. Also sind es eigentlich sieben Spielereien. Aber stellt euch mal einen Ernstfall vor. Es kommt zum Beispiel ein neues Kingdom Come. Jetzt hänge ich mich gerade am Namen auf. Ich weiß, Deliverance, aber ich sag's anders. Es kommt vielleicht der Nachfolger von Kingdom Come Deliverance. Vielleicht heißt das nächste Spiel ja nicht Deliverance 2, sondern Kingdom Come. Hast du nicht gesehen? Kingdom Come Deliverance bekommt einen Nachfolger und Shadow of the Tomb Raider bekommt einen Nachfolger, die auch noch ziemlich zeitgleich rauskommen. Dann habe ich ein Problem. Oder es sind sogar drei Spiele, die dann rauskommen. Vielleicht, das könnte wirklich sein um das Weihnachtsgeschäft 2021. Wenn dann mehrere Spiele rauskommen, heißt es wieder Decisions, würde da jemand sagen. Oder einfach Entscheidungen, Entscheidungen, die einfach getroffen werden müssen. Und es gibt, glaube ich, Schlimmeres, als sich zwischen vielen tollen Spielen entscheiden zu müssen. Ich glaube, ja, da geht es einigen bedeutend schlechter. Und ich kann es eh nicht beeinflussen. Ich kann mir einfach ein Spiel raussuchen, was mich gerade am meisten interessiert. Und das weiß ich heute selbst noch nicht. Ich habe, wie gesagt, keinen wirklichen Plan. Ich habe ein paar Spiele, die bei mir jederzeit mal ins engere Blickfeld für spielst du jetzt bald rein oder eben rausrutschen. Aber ich habe keinen Schlimmer. Das entscheide ich dann, wenn eben ein Spiel oder eine Reihe einfach zu Ende geht. Relativ spontan. So, jetzt wisst ihr erstmal Bescheid, welche Spiele da bei mir auf einer besonderen Liste stehen. Sofern es da mal wieder Nachschub geben würde. Und dann bleibt mir jetzt nach ein paar Minuten wieder übrig, euch eine wunderschöne neue Woche zu wünschen. Und natürlich, das ist ganz wichtig, habt einfach viel Spaß mit dem, was ihr tut. Sei es jetzt auf ein neues Spiel zu warten oder ein Spiel hier auf dem Kanal nachzuholen oder vielleicht zu schreiben, spiel nicht mal wieder ein Splinter Cell oder ein anderes Spiel oder einfach beim Zählen, wie viele Kartoffelchips-Packungen ihr noch auf Lager habt. Egal. Genießt die Zeit, nutzt sie gut, habt viel Spaß mit dem, was ihr tut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.